Du wohnst auf der Lichtung des ersten Baumes? Ja. Aber ich dachte, der erste Baum ist kein richtiger Ort. Wie kann man denn da wohnen? Ganz einfach. Jeder hinterlässt eine Erinnerung, wenn er die Lichtung des ersten Baumes verlässt. Ein Rabe wie ich besuchte im Traum die Lichtung. Nachdem er sie verlassen hatte, blieb ich als Erinnerung des Baumes zurück. Du bist also nur eine Erinnerung? Nur? Ich finde, das ist sehr viel. Der erste Baum erinnert sich an viele Dinge. Selbst als seine Zeit vorüber war, blieb er im Wald verwurzelt. Er erkennt die Geheimnisse des Waldes. Ich denke ja, dass der eigentliche Rabe, der vom Baum gesehen wurde, schon längst tot ist. Und so eine Erinnerung lebt ja länger als der Mensch oder das Tier. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Oder um es mit den Worten aus One Piece zu sagen, man stirbt erst dann, wenn man vergessen wird. Von daher hat der Rabe schon recht, ne? Also eine Erinnerung zu sein, egal ob jetzt die Erinnerung eines Baumes oder einer anderen Person, ist schon... Das ist schon was wert. Was ist das hier für ein Ort? Du befindest dich an der Schwelle zwischen Traum und Wirklichkeit. Traum und Wirklichkeit? Träumende kommen zu Besuch auf meine Lichtung. In seinen Träumen weiß jeder, wie er an diesen Ort gelangen kann. Wer schläft, kennt den Weg. Aber ich schlafe nicht. Und den Weg finde ich auch nicht. Dann sind wir schon zwei. Die Stimme vorhin hat dir doch gesagt, dass du jemanden um Hilfe bitten kannst. Ja, aber wie? Er sagte, dass du es schon mal getan hast. Einmal war jemand hier, der über seine Vergangenheit meditierte. Er hat dieses Rad erdacht. Welches Rad? Dieses Rad. Drehst du das Rad, wird dir dieser Ort Wege zeigen, die tief in deiner Seele verborgen sind. Orte, die du gesehen hast. Orte, die du sehen wirst. Und Orte, die dein Leben geprägt haben, ohne dass du es ahnst. Vielleicht kann es dir helfen. Aber es sind keine Wege. Nur Fenster oder Bilder. Ich weiß nicht viel über solche Dinge. Ich bin nur ein Rabe. Naja, du bist nur die Erinnerung an einen Raben. Aber wollen wir nicht kleinlich sein? Auf jeden Fall schön, mit ihm zu quatschen. Das haben wir schon. Das haben wir auch eben gehört. Das hatten wir auch eben. Ich versuche weiter mein Glück. Bis später. Viel Glück. Die auch. Rabe. Die Wege haben sich verändert. Wie merkwürdig. Das sind gar keine Wege mehr. Sieht fast aus wie Fenster zu verschiedenen Orten. Das ist die Kanone. Die Kanone. Dieses Feuer, das kommt mir tatsächlich auch bekannt vor. Also ein Feuer haben wir gesehen, das war... Bei den Echsen. Das hier könnte jetzt aber ein Feuer von... ...jemandem anders sein, weil wir sehen hier Marshmallows. Das heißt also, diesen Ort kennen wir eigentlich gar nicht. Die Stadt hier haben wir gesehen. Wir haben zwei solcher Städte gesehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Stadt ist aus Jerrys Welt oder... ...die Stadt aus der Welt... ...von dem Ausblick der Motten aus. Den alten Bekannten würde ich aber gerne besuchen. Den kenne ich doch. Hallo, alter Freund. Oh Mann. Der erinnert mich an zu Hause. Vielleicht sollten wir da hin. Also ich meine, Baumrinde haben wir schon mal. Und wir erinnern uns doch wohl noch an das Rezept, was auch hier drin steht. Hm. Ich meine, so laut. Das ist doch meine Neue. Aber warum esse ich sie da nicht? Das ist doch eine von den Kanonen der Stadtwachen von Mauswald. Es sieht fast aus, als ob ich von hier aus reingreifen könnte. Wie ulkig. Tatsächlich. Ich habe eine Handvoll Schwarzpulver. Wir brauchen auf jeden Fall eine Nuss. Ein gemütliches Lagerfeuer. Ich glaube, da sitzt sogar jemand. Wer auch immer das ist, ich leih mir mal einen Holzschein aus. Autsch! Heiß! Und was jetzt? Ach, du hast ihn aber tatsächlich. Da ist nichts zum Anzünden. Aua! Ah, okay. Jetzt habe ich mir fast die Finger verbrannt. Ich sollte mir vorher... Okay. Das ist gut. Damit haben wir schon zwei Zutaten. Hm. Ich glaube, die Brücke habe ich schon mal im Fernsehen gesehen. Sieht aus, als ob in den Häusern da niemand mehr wohnt. Fast so wie bei mir zu Hause, als ich das letzte Mal da war. Den Koffer kennen wir auch. Ist das ein Seitenschneider? Sieht aus, als ob jemand versucht hat, ihn in den Koffer zu stopfen. Also ich schleppe das Ding nicht mit mir rum. Ach. Ich kenne diesen Koffer. Und ich kenne auch den Seitenschneider. Das ist, ähm, Deponia. Das ist Rufus sein Koffer, als Rufus seine Reise begonnen hat. Das hier ist dann wahrscheinlich irgendwie eine... Ein Wesen aus einem anderen Spiel. Und vielleicht war auch die Stadt... Der bewegt sich nicht. Zum Glück. Ich glaube, er steckt im Eis fest. Hm. Hm. Das ist doch der gleiche Stein wie am Bach nahe des Nachtfalter-Tempels. Ein Baumläufer-Symbol ist darauf eingeritzt worden. Dasselbe Symbol, das ich auf das Gesicht der Felskröte gezeichnet habe. Okay, und hier? Hände weg! Hey! Das ist die Lagerkammer in der Waldzwerge-WG. Und sie ist immer noch verschlossen. Tja, Jerry, ich hab dir doch gesagt, wir hätten sie aufbrechen sollen, als wir die Gelegenheit dazu hatten. Hm. Und jetzt müssen wir es leider tun, glaube ich. Rinde hilft da nicht viel. Okay, wir haben aber noch einen silbernen Schlüssel. Da passt er nicht. Hm. Wir haben hier einen Seitenschneider. Tür. Seitenschneider. Komm schon, Jerry. Komm schon. Das, das, das muss doch sogar... Oh, und hier sehen wir die Nüsse. Ja, die Eichel, ja. Ist das nicht das Mauswalder Rathaus? Ich glaube, jetzt kann ich an die Netze rankommen. Ha! Ich hab mir ein paar Eicheln stibitzt. Komisch, die sind so klein. Scheint, dass ich hier nicht mehr Mäusegröße habe. Hoffentlich stürzt das die Mauswalder nicht in eine Wirtschaftskrise. Na ja, ist ja für einen guten Zweck. Hm. Schwarzpulver. Hm. Eicheln. Der Stein, ja. Wir brauchen Kreide. Und wir brauchen Beeren. Aber wir können ja noch anschauen. Ein seltsames Zeichen. Wie er eine Karottenflamme machte. Er schrieb mit Weiß das Zeichen auf den Stein. Dann musste Weiß ein weißes Pulver sein. Schwarz, das leicht entbrennt, wird heute nicht von Weiß getrennt. Schwarz und Weiß, die sich verbanden, dann am Grunde vom Gefäß verschwanden. Darauf folgten der Zutaten nun drei. Baumhaut, Baumfrucht und Wurz in strikter Reihe. Aus dem Gefäß malte er einen Kreis auf eine Kreuzung. In deren Mitte ruhte das Gefäß dann voll Bedeutung. Der Kreis ward mit Schwefelhölzern angesteckt. Hurra, die Karottenflamme hat ihm gut geschmeckt. Okay. Tja, dann bewegen wir das Rad mal weiter. Ach was, das war's schon? Oh, hier. Hier kann man aufs Wasser rausgucken. Man kann das Salzwasser fast riechen. Das ist echt besser als Fernsehen. Salz. Hm. Okay, aber trotzdem haben wir jetzt ein klitzekleines Problem. Nicht wahr? Hm. Ich versuche weiter mein Glück. Bis später. Ach, warte mal. Viel Glück. Und dann haben wir diese zeitlichen Begrenzungen. Ärgerlich. Kann ich das weiter drehen? Kann ich das nicht noch weiter drehen? Wir brauchen auf jeden Fall den Seitenschneider. Wir brauchen auf jeden Fall den Seitenschneider. Mit dem Pinsel... Gibt es etwas, was Rufus mehr braucht als... ...aufgeklappten Koffer? Socken, ne? Ist das ein Seitenschneider? Sieht aus, als ob jem... Also ich schlepp das... Hm. Rinde hilft da... Hm. Ja, aber den können wir nicht mit so einer kleinen... Ne, das bekommen wir nicht hin. Das ist doch der gleiche... Ein Baumläufer... Dasselbe Symbol... Wir sind doch Baumläufer, oder nicht? Hm. Da flüstert wohl nichts. Hm. Da flüstert wohl nichts. Oh, Moment mal. Das Ding hat auch ein Gesicht, ne? Hm. Da flüstert wohl nichts. Obwohl es ein Gesicht hat, flüstert es nicht. Hm. Hm. Wie interessant. Hm. Hm. Naja, ich weiß erst mich. Moment mal, wir haben hier indischen weißen Pfeffer. Hm. Ich hab das Gefühl, die Reihenfolge stimmen. Indischer weißer Pfeffer. Hm. Ich hab das... Hm. Ja, das gehört auch zum Kreuzungszauber aus dem Brief vom Marquis. Aber ich glaube, die Reihenfolge war anders. Hä? Ich dachte, die beiden müssen... Hm. Ich hab... Hm. Wir haben die Dinger, wir haben die Dinger hier und Wurzeln. Wir haben aber keine Wurzeln. Wir haben keine Wurzeln. Tatsache. Hm. Wohl kein Ton zum... Aber wir müssen da rankommen, weil die haben Wurzeln. Wir haben keine Wurzeln. Nee, oder? Mit was für einem Sirup? Möhrensirup. Okay. Hm. Hm. Wie er eine... Er schrieb mit Weiß das Zeichen auf den Stein. Dann musste Weiß ein weißes Pulver sein. Schwarz, das leicht entbrennt, wird heute nicht von Weiß getrennt. Schwarz und Weiß, die sich verbanden, dann am Grunde vom Gefäß verschwanden. Die Karottenflamme hat ihm gut geschmeckt. Und weg ist das Pulver. Also auf jeden Fall sehe ich das jetzt nicht mehr. So. Okay. Hm. Und das kommt dann hier hinein? Baumhaut. Ist drin. Baumwurz und... Wie war das noch gleich? Baumhaut, Baumwurz und... Da ist ein... Wie er schrieb mit... Schwarz, das... Schwarz und Weiß. Darauf folgen der Zutaten nun Reihe. Baumhaut, Baumfrucht und Wurz in strikter Reihe. Aus dem Gift der... Okay. Baumhaut. Auch drin. Baumhaut. Baumhaut. Frucht. Auch drin. Und Wurz. Mit dem Pinsel hat sich's ausgepinselt. Aber das... Ähm... Ich meine... Ich meine... Hä? Sirup. Mit dem Pin... Möhrensirup. Ich hab gedacht, wir hätten's jetzt. Mit dem Pin... Das ist die Lager... Das ist die Lager... Und sie... Ich meine... Ich will ja nicht sagen, dass ich irgendwie... ...vielleicht nicht so ganz klug bin und so... ...aber... ...irgendwie fehlt uns was, ne? Was war denn noch gleich die Wurzeln? Was war denn noch gleich die Wurzeln? Kann man hier vielleicht irgendwie irgendwas Wurzelhaftes finden? Ich versuch wei... Ich versuch wei... Du kannst mir doch sicher helfen, ne? Hm... Nein. Kannst du nicht. Äh... Hoffnung schonmal? Hoffnung. Nichts. Schade. Keine Hoffnung. Ähm... Nichts. Hm... Grünwuchs. Grünwuchs. Ähm... Nichts. Bezüge irgendetwas, was wachsen könnte? Hm... Wir haben einen Raben und wir haben diese drei Dinge, aber wir haben nichts, was wachsen könnte? Nicht mal etwas, was hier irgendwo wachsen könnte? Nichts. Komm schon, es muss doch hier irgendetwas geben, was wachsen will. Nichts. Also, weil wir brauchen auf jeden Fall ne Wurzel, ne? So viel ist sicher. Hm... Boah, ey... Was ist das? Ist das hier vielleicht ne Wurzel? Hm... Wohl kein... Natürlich ist das keine Wurzel. Natürlich nicht. Und auch hier sehe ich nichts Wurzelhaftes. Moment mal. Ich hab mir schon ein... Hoffentlich stürzter... Naja... Ist ja für... Äh... Funktioniert das? Nichts! Nichts! Nichts. Nichts. Okay, langsam gehen mir die Optionen aus. Nichts. 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 So viel Nichts. Meine Güte, eigentlich muss ich jetzt auch schon die Aufnahme beenden. Ja, ist doch... Dramaturgisch ein guter Zeitpunkt. Ich glaube, da ist noch nicht alles im Becher, was ich für den Kreuzungszauber brauche. Danke dir, Sherlock. Das kann doch nicht sein, irgendetwas haben wir doch vergessen. Naja, egal. Ich werde jetzt auf jeden Fall die Aufnahme beenden, weil ich gleich noch zur Arbeit muss. Roboten und so. Äh... Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme. Bis dahin. Haut rein. Macht's gut. Und so weiter. Bis denn. Tschö.